Herzlich Willkommen hier wieder in Handbindeln, Marvin Gooding. Oh, das Auto scheint hier zu kicken zu wollen. Hebt auf jedes Mal das Beinchen her. Gut unter Kontrolle hat das der Marvin. Gucken wir mal hier auf die Zeiten. Schau, alles ziemlich gut auch hier. Gucken wir mal hier auf die Marvin. Hier ist Marvin sein Auto. In Knall Orange. Ja, das ist Dad.